Ja, ich hatte meinen Spaß die letzten Wochen. Hier, beginnt. Digga, warum kommt das Video von Fabs immer... Warum kommt der Sound von Fabs in ein Video vorhin immer noch her? Junge, ach, nein, ich will nicht umfliegen. Ich will nicht umfliegen, Alter. Hä? Digga, mein YouTube ist so verbuggt. Hä? Ich schließe den Tab. Leute, Digga, ich habe immer noch einen Klammer. Junge, oh! So, jetzt ist er zu. Ich weiß, dass ich sowieso gleich wieder so... Hä? Kommt, Digga. Hä? Hä? Junge! Du Picks? Kleiner... Warst du das? Hey, Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es den zweiten Part von 5 Tipps und Tricks in Minecraft. Auf jeden Fall wollte ich mich mal bei euch bedanken, dass ihr in letzter Zeit sehr krass supportet und dass es sehr Spaß zur Zeit macht, für euch zu streamen. Oder auch Videos zu bringen. Vielen, vielen Dank. Wir hatten jetzt in den letzten Streams immer bis zu zehn, elf Zuschauer. Ich würde sagen, nutzen wir jetzt mal einfach meine Hype-Zeiten und machen wir einfach mal ein FAQ-Video wieder. Das heißt, Leute, unter diesem Video bitte einmal alle eure Fragen reinstellen. Ihr könnt auch mehrere schreiben, alles gut. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die meisten davon zu beantworten im nächsten Video. Und dann würde ich auch schon sagen, können wir auch direkt loslegen. Viel Spaß! War ja mal wieder klar, dass es sich hier beim Keybind handelt. Natürlich, wie immer. Aber Keybinds sind halt schon geil, weil die ersparen schon einige Millisekunden, die man sonst von seinem Leben verschwenden würde. Okay, und zwar, wenn ihr es satt seid, immer so die Sichtweite einzustellen, gibt es einen Keybind. Und zwar könnt ihr das einfach mit F3 und F machen. Dadurch könnt ihr es höher stellen. Und wenn ihr dabei noch Shift drückt, könnt ihr es runterstellen. Der zweite Trick ist eigentlich nicht gerade ein Trick, sondern eigentlich eher eine Methode, wie man etwas farmen kann, beziehungsweise wie man eine Farm bauen kann. Und zwar befinden wir uns hier einmal in einer Underground Base. Und hier, wie ihr schon seht, ist ein Feld angebaut mit Karotten, die ausgewachsen sind. Hier ist eine Lampe. Wenn ihr jetzt diese Lampe ausmacht und wieder anmacht, gehen alle Karotten kaputt. Das liegt daran, dass Karotten offiziell bei Minecraft nicht wachsen können. Ihr hört vielleicht, wenn ich jetzt klicke, die können nicht wachsen, wenn es dunkel ist. Es muss Licht da sein. Und wenn ihr die dann wachsen lasst und das Licht sozusagen ausmacht, dann werden sie dadurch gefarmt. Und ihr könnt euch auf jeden Fall einiges an Arbeit ersparen, indem ihr einfach die nächste Farm unterirdisch baut mit irgendwelchen Redstone-Lampen. Das funktioniert übrigens nur, wenn die ausgewachsen sind. Wenn die zum Beispiel jetzt noch in einem anderen Stadium sind, zum Beispiel jetzt gerade noch am Wachsen sind, kann ich euch auch mal zeigen, dann klappt das nicht. Außerdem klappt es nicht, wenn die Karotten sich nicht berühren. Heißt, wenn die jetzt zum Beispiel so ein bisschen weiter auseinander sind, dann nehmen die nicht alle mit. Tipp Nummer 3. Bestimmt gibt es den ein oder anderen unter euch, der gerne auch mit Redstone werkelt. Und sie alle kennen das Problem. Manchmal hat man einfach nicht genug Platz, um Redstone-Leitungen irgendwo hin zu verlegen. Dafür gibt es einen Trick und zwar könnt ihr mit Glowstone immer so bauen. Und das Redstone könnt ihr einfach so legen und das Signal kommt trotzdem oben an. Deswegen ist es ganz hilfreich, mit Glowstone zu arbeiten, weil dadurch kann man auf jeden Fall einiges an Platz sparen. Außerdem kennt vielleicht auch der ein oder andere das Problem, man möchte jetzt zum Beispiel eine Redstone-Schaltung verdecken und möchte dafür hier halt einen Block bauen. Aber wie ihr seht, das Signal kommt nicht mehr durch. Da gibt es dann auch einen kleinen Trick und zwar könnt ihr da auch einfach mit einer Treppe oder einer Stufe arbeiten. Und das Signal geht ganz easy hier durch. Ist auf jeden Fall auch ein nices Feature und das wissen auch nicht viele. Trick Nummer 4. Wenn ihr auf Diamantensuche seid und ein Lava sich findet, warum nicht einfach mal versuchen, einen Blick unter die Lava zu werfen? Das geht auf jeden Fall ganz einfach mit drei Methoden. Die erste Methode wäre einfach X-Ray zu benutzen. Nur ist hier das Problem, dass das leider auf den meisten Servern illegal ist und man dafür gebannt werden kann. Ich meine in der eigenen Welt ist es ja auch so eine Art Cheating und wenn man wirklich ohne Cheats durchspielen möchte, ist das ja sozusagen auch, naja, muss man halt für sich selbst wissen. Aber natürlich gibt es auch eine Alternative für X-Ray. Ist zwar nicht so effektiv, aber funktioniert auf jeden Fall auch bei Lavaseen. Und zwar, wenn man zufälligerweise Glas dabei hat, kann man einfach hier Glas platzieren, wo die Lava nur einen Block tief ist. Und tada, man kann ganz easy auch irgendwelche Erze finden, Diamanten, Gold, alles drum und dran. Natürlich hat jetzt nicht jeder Glas dabei, wenn er gerade am Caven ist. Wenn ihr euch in der dritten Perspektive befindet, könnt ihr ganz einfach mit der Kamera hier einmal runterschwenken zur Lava. Und dann an der obersten Kante gibt es einen Bug und ihr könnt durch die Lava durchgucken und seht, dort sind Diamanten. Dann könnt ihr diese auf jeden Fall einmal trockenlegen und könnt sie ganz einfach farmen. Und dabei immer dran denken, never dig down straight in Minecraft, auch nicht auf Diamanten. Und dann habt ihr eure Diamanten ganz ohne Cheating erlangt und könnt damit auf jeden Fall angeben, dass ihr jetzt reich seid. Yeah! Und nun zum letzten Trick für heute. Eigentlich ist es ein Easter Egg von Mojang, aber das kann man auf jeden Fall sehr zu seinem Vorteil nutzen. Zum Beispiel bei Raids in Woodland Mansions oder bei Pillager Outposts findet man sie, nämlich die lieben Kollegen namens Vindicator. Sie machen auf jeden Fall ordentlich Schaden. Ich habe jetzt Full Netherite an. Und Mojang hat ein Easter Egg eingebaut. Dies ist eine Anspielung auf diese Filmszene. Und zwar, wenn man einen Vindicator mit dem Namensschild Johnny taggt, den dann freilässt, ergreift er zwar euch an, aber auch einfach so irgendwelche random Tiere. Und da er eine starke Axt hat, macht er auf jeden Fall ordentlich Schaden. Und der wird die alle umbringen. Da kann man auf jeden Fall sehr geile Farmen draus bauen. Mit dem Tag greifen sie alle Entities an, außer andere Vindicator, Magier und Pillager. Ist auf jeden Fall ein geiles Feature und man kann daraus tonnenweise Loot gewinnen. Vor allem, wenn man ihn an einen Spawner stellt und daraus dann eine AFK-Farmer. Außerdem kann er durch das Name-Tag nicht despawnen. Das heißt, ihr könnt euch einfach fortbewegen, ohne dass was passiert. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr kanntet vielleicht den einen oder anderen Trick noch nicht. Wenn ihr, wie gesagt, nochmal neue Tricks habt, lasst sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Denkt an das FAQ, also stellt auch gerne eure Fragen. Und dann würde ich auch schon sagen, ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.